Also, springen wir nochmal rüber. Und die schlürfen da so richtig rum an diesem Hals. Die Schwächen meiner Gegner waren mir bekannt, da ich selbst darunter gelitten hatte. Körperliche Wunden gehen vorüber. Das unsterbliche Fleisch eines Vampirs schließt sich in dem Moment, da die Wunde geschlagen wurde. Vampire müssen nur Wunden fürchten, die pfählen oder brennen. Wasser ätzt wie Säure und Neulinge richtet die Berührung der Sonne zugrunde. Je nach Gegner würde ich meine Taktiken anpassen müssen. So, und jetzt versuchen sie mich anzugreifen. Und eben haben wir gehört, dass auch Sonne oder Pfählen die Hülle auflöst. Dann schmeißen wir ihn erstmal hier ins Licht rein. Das wollen wir natürlich nicht. Und das ist natürlich immer wieder nervend, wenn dann noch ein anderer Typie da ist. Deswegen war jemand auf und wollen wir ihn auffählen hier. Da kann man nämlich ihn dagegen schmeißen. Und da oben ist er aufgepfählt. Und sobald ich das Ding hier einatme, löst er sich auf. Perfekt. 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 Vielen Dank.